ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin in einem Irrenhaus. Holt mich raus. Vielleicht wollte ich gar nicht den Fahrstuhl rufen. Ich wollte eh zu Fuß gehen. Jeder Gang macht schlank und so. Das ist jetzt schon wieder hier los. Ah, da gibt es noch einen Redikit. Ach so. Doch, der Haus war es anscheinend nicht. So. Natürlich. Da kommen wir bestimmt durch. Da sind wir wieder bei dem tollen Fahrstuhl. Der nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat. Das hört sich an, als ob hier jemand gestorben ist. Und zwar auf nicht so wahnsinnig schöne Art und Weise, so wie es aussieht. Oh, oh. Na? Oh, oh, oh. Vielleicht hätte ich Munitionen sparen sollen. Ach, ich habe genug. Komm her. Hey Mann, du hast keinen Kopf mehr. Klötenschuss überlebt einer auch ohne Kopf. Äh, nicht. Super, jetzt habe ich die ganze Munition ausgebaggert. Hey, hier. Hey, seht ihr mich nicht? Oh nein. Oh nein. Jetzt sind die auch wieder weg. Ich habe gehofft mit denen nach Hause fliegen zu können. So. Das war hier nur noch jemand. Ich möchte hier raus aus diesem Nightmare-Haus. So, dann muss ich da jetzt da oben gleich durch, aber wir schauen das mal hier hinten noch. Wie kommt man da durch? Irgendwie höre ich doch. Hm. Gott. Nein. Das war aber nicht der, der die Geräusche gemacht hat. Also sind Soldaten hier. Das ist wiederum sehr gut für mich. Weil dann werde ich bestimmt gerettet. Was ist das? Hä? Was ist das? Hä? Ich dachte, da war jetzt gerade ein Ausgang. Ey, jetzt ist das völlig verrückt. Nein, nicht schon wieder sowas. Was? Ist da der Weg? Oh oh. Das macht ihr doch bestimmt absichtlich hier. Jetzt bin ich wieder in diesem Gang. Oh Mann. Hallo. Ja, Mann. Ja, dann mach mal auf hier. Hallo. Hallo. Hey, ich gebe auch eine Waffe. Hey, ich gebe auch eine Waffe. Ja, ich gebe auch einen Ausgang. Ich bin ein Ausgang. Ich bin ein Ausgang. Oh, was ist das? Ich weiß nicht, wer du bist oder warum du bist hier. Aber es gibt keine Zeit für die Vorbereitung. Wir sind ein Versorgung und Destroyer. Wir sind uns und vielleicht werden wir noch ein Sprecher auf hierher in einem Ort. Wenn wir uns vielleicht einmal ausgehen, finden wir uns auf einen Ort. Herr, ich glaube, ich habe etwas gesehen. Okay, Leute. Wir gehen. Du, wir gehen. Du, da bist du mit diesem Ort, du wirst wirst uns mit uns, richtig? Äh, klar führe ich euch an. Kein Problem, Jungs. Kommt mal mit. Wir müssen jetzt... Kommt mal mit. Hier ist ein Medikit für mich und ein bisschen Munition. Wir gehen jetzt hier diesen Sondergang durch. Kommt ihr? Ja, ja. Ja, dann greif ihn mal an. Dammit, das ist ein Zombie-Doktor. Genau. Oh, jetzt wird es interessant hier. Seht ihr nicht zu nahe, komm. Lasst euch nicht beißen. Ich hätte auch gerne so eine von euren Waffen. Ja. Ich habe es gesehen. Und ihr? Ja, er schießt hier die Macht. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Munition mehr. Okay. Irgendwo war doch hier der richtige Ausgang. War der hier? Ich finde, ich bin wirklich sick. Ja, ich bilde mich auch beim nächsten Zombie-Einsatz krank. Haha, Entschuldigung. Das war dann wohl ich. So. Kann ich schon Tageslicht sehen? Eigentlich sind wir doch eigentlich schon durch hier. Tja, jetzt ging das Licht aus. Ähm, wo ist Johnson? Der war doch gerade hinter euch. Johnson! Aber wer interessiert schon Johnson? Hinterhals? Oh, was ist denn das der Viecher? Ging er weg. Ja, wie fast. Ich schieße schon volle Pole drauf. Ja, dann lauf, lauf, lauf! Na, 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 oh! Ah, verdammt! Warte, wir versuchen uns zu. Oh, scheiße! Find another way up und meet uns später. Good luck! Viel Glück, ja, vielen Dank Anteil mir die Hand zu reichen, ja Um mich hier rauszuziehen Das ist natürlich ein Problem Ich verstehe Wunderbar